In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein iPad mit externem Bluetooth-Zubehör koppeln kannst. Um dein iPad nun mit Zubehör, beispielsweise einer Tastatur, koppeln zu können, öffnest du auf deinem Homescreen die Einstellungs-App. Danach wechselst du hier zum Reiter Bluetooth und du bekommst nun die Bluetooth-Übersicht. Du siehst hier auf dieser Übersicht, Bluetooth ist bei mir auf dem iPad bereits eingeschalten und meine Microsoft-Maus ist auch mit dem iPad verbunden. Nun möchte ich die mitgelieferte Tastatur unserer Schul-iPads koppeln. Der Weg, den ich dir nun zeige, funktioniert allerdings nicht nur mit der mitgelieferten Tastatur der Schul-iPads, sondern mit jeglichem Zubehör. Zuerst einmal schalte ich nun die Tastatur ein und danach muss ich die Tastatur bzw. das Zubehör in den Koppeln-Modus versetzen. Im Koppeln-Modus sendet das Zubehör ein Signal aus, dass es bereit zum Koppeln ist und dieses Signal wird vom iPad empfangen. Im Moment wird noch kein anderes Gerät gefunden. Ich drücke nun auf der mitgelieferten Tastatur auf den Connect-Button und nun leuchtet auch eine Bluetooth-LED auf meiner Tastatur. Und wie du siehst, wurde auch am iPad nun das Just-Edo-Keyboard erkannt. Ich klicke nun hier bei andere Geräte auf das Just-Edo-Keyboard und das Just-Edo-Keyboard wird nun gekoppelt. Diese Koppelung muss ich nun noch mit einer Bluetooth-Pairing-Request bestätigen. Ich klicke hier auf Pair und die Tastatur und mein iPad sind nun verbunden und erkennen sich das nächste Mal automatisch, wenn ich die Tastatur wieder einschalte. Möchtest du ein Zubehör aus dieser Liste wieder entfernen, beispielsweise weil du dir ein Gerät nur von einem Freund oder einer Freundin ausgeliehen hast, dann kannst du es auch einfach wieder entfernen. Dazu klickst du neben dem Gerät auf das I-Symbol für die Informationen und hier hast du nun die Möglichkeit auf dieses Gerät ignorieren zu klicken. Du musst das Ganze noch bestätigen, dieses Gerät ignorieren und schon wurde das Gerät nun wieder entkoppelt. Das erkennst du daran, dass es nun wieder im Bereich andere Geräte aufscheint und darauf wartet, neu gekoppelt zu werden. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der Erweiterung deiner Möglichkeit mit dem iPad mit Hilfe von zusätzlichem Zubehör.